b wir müssen jetzt mal ein ding erst einnehmen und das machen also ich wieder zu dir kommen ja du bist doch schon fast bei mir so warte ich bin nur kurz die eine Dachlöse weil ich bin nun gerade an der Quanz knapp vorbeigeflogen so, auch da oben bist du was haben wir denn hier? Achso, hier haben wir wieder ein bisschen dubstep oh ja dubstep time vor allem, wie effektiv auch die Waffe einfach mal ist du musst ja auch die roten Kugeln zerstören, ne? sonst kommen die immer wieder einfach drauf schießen? Ja, auch mit der dubstep dann einfach drauf schießen ja meine, muss er sich eben aufladen oh, die bringen wieder große Heilpunkte oh, hier ist einfach auch mal ne Datensammlung ne, was ist denn das hier? doch, ist ne Datensammlung ich muss da hinten hin eh, zum deaktivieren das deaktivieren? ich muss jetzt zu den anderen Dingen gehen also, ich muss das hier gerade deaktivieren, die innerbox hier und jetzt einten noch zwei Boxen und jetzt einten noch zwei Boxen das ist aber auch mal ja nichts BAM! jetzt haben wir zu hinten noch einer an der Seite das ist ja auch mal ein Generator hat er oben drauf aber das wäre erstmal wieder am Zug kämpfen das ist ja nicht schwer das ist ja nicht schwer ich bin aus dem Hotspot-Bereich, was ist das denn? ich bin aus dem Hotspot-Bereich, was ist das denn? so, ich bin aus dem Hotspot-Bereich ich aktiviere die Steuerung irgendwo hinten wo ist die? aber das ist da wohl wieder die Massenbeutel rumgeknallt was? alter du musst mal im Flugstampfer machen im Flugstampfer im Flugstampfer ja oh, krass ich bin gleich tot ich bin gleich tot ja, ich auch das ist irgendwie grad ne etwas ungünstige Emissionen hier ist bei dir ganze zeit das Geräusch welches Geräusch? und Prozent so geschahen nur kommen noch die Störung kaputt Nein die Störung fast kaputt und kommen ein paar kleine Lebenspunkte aufgeladen aber kaputt macht kaputt macht kaputt nur einmal kurz davor müssen wir wissen jetzt die ganzen sich in den schaden machen und herrlich so gerade wir haben sie auch gleich tot mann die polizei die steuerung kommt schon jetzt ganz schnell weg gespeichert wo noch drei stück davon ich habe gott ein video sequenz wieso da ist auch so relativ leichter nach weil ich das ding gerade zerstörter es ist eine viel nicht an dennoch ich muss nur noch kommen alles bringt datensammlung wenn du die dinger auf dem boden zwar ist und immer nicht öffnen dann haben wir doch noch die eine fläche da wo direkt fünf oder sechs datensammlungen im kreis sind oder wo wir uns doch gewundert haben was blau da auf dem boden soll jetzt ist natürlich dort und ich brauche trotzdem noch irgendwie lebenspunkte ich brauche trotzdem noch irgendwie lebenspunkte so ein hecken geschafft so noch ein hecken ich töte hier noch ein paar zielten mein gott die sind sind auch ein verzeihig das heißt nicht immer planet saint sondern planet sin ja ist doch schon idee genug oder nicht so jetzt ab zum laden ach hier ist ein ding das und wenn es heißt hier an eine operation als zentral so durch zu dir kommen oder durch zum ziel laufen nirgendwo zum ziel mit der dapstab geht alles wir haben wir doch so wie wir wollen ich brauchst du gar keine andere die ganze spiel die amerika die ist ja auch gut aber die amerika hat nur bekämpfte munition geht doch auch hundert prozent oder nicht mit jahr verbrauchte schüsse und nicht prozent was muss eigentlich der gelbe kugel ich weiß nicht wenn du die einsame zu 10 erfahrungspunkte das ist ungefähr so ein 20 oder so was du von normalen gegner bekommt habe ich auch nicht herausgefunden was der schwarze der kugel die nur für kurze zeit da ist hinterher zu werden um nach extrem nervig ist so aufgrund der uns im schon richtig viele datensammlung eingesammelt nicht nur kaum welche ich werde gerade wieder von rot Prozent grüßt in der Saison von Operationen dann geht er hier ab aber das Stamm und letztlich wirklich schneller ich bin allerdings auch fast tot was machst du da ich versuch gerade zu fliehen um mir irgendwo noch mal Lebenspunkte aufzuladen komm da ist ja noch einer ist jetzt irgendwo noch eine Sonne ich bin auch gleich tot und das nervt langsam voll oh, Videosequenz nein, jetzt habe ich einen Wächter am Halt auch noch ey, das gibt es aber auch nicht nicht mehr tot ein Schlag von einem Wächter und ich bin tot der ist gerade auf dem Weg zu dir nicht vorab alter, der war schon bei mir ja, der ist nicht langsam ich glaube, zu mir schaffst du es nicht mehr, oder? in 10 Sekunden doch spring doch hier rüber druck E ja, in 2 Sekunden hast du es noch geschafft, nicht? wir gucken mal auf die Sterne von Polizei und so ja, wir sind ja auch wir hacken ja hier auch gerade den kleinsten Spaß wo ist denn jetzt das Vieh? ist das ein blauer Ding? ach nee, das ist die Aufgabe ach nee, das ist die Aufgabe ach nee, das schaffen wir nicht, ne? wir kriegen wieder die jetzt vom Hals ich weiß es nicht wenn wir uns jetzt ganze Zeit kämpfen, dann schaffen wir es schon auch nicht ich glaube nicht ich will gut allerdings können wir vielleicht einfach mal wegrennen hier aus der Rekord und dann anschließend nochmal hierher rennen das ist jetzt von der Idee ja, mach ich gerade ja, mach ich gerade ja, speed ich hoffe, hier gibt es nicht, weil wir auch wieder Daten sammlung alter, der verfolgt mich äh, da haben es noch zwei und vierte Stück wieder schau, hier lang alter, der ist schon bei mir? schon wieder? dann musst du auch einfach weiter wegrennen das geht nicht, der verfolgt mich die ganze Zeit der hört auch nie auf warum sind wir nicht eigentlich miteinander gerannt? ich weiß es nicht, weil ich einfach mal in eine andere Richtung gerannt bin eigentlich bin ich gerade wieder auf dem Zurückweg du hast einen Audiolog ich weiß es nicht ich weiß nicht einmal, wer die gerade aufgesammelt hat put me in front of the latest technology and there was anything I couldn't do even the FBI couldn't stop me schon wieder 53 Dinger alter, das ist wie nervt wo ist das? alter, kämpft doch nicht da oh, ich bin gleich wieder da ich bin fast tot ich bin gerade auf der falschen Seite des Hauses ich bin irgendwie gerade auf der falschen Seite des Hauses ich bin irgendwie gerade auf der falschen Seite des Hauses ich sehe noch nicht mal dich du bist irgendwo da hinten nein, ich bin zuhört ich reing gerade zu dir nein, ich versuche dir gerade entgegenzukommen ich bin fast tot ich sehe jetzt beim ersten noch nicht mal mehr lebenspunkte versuche ich dir auch gerade entgegen zu rennen falls du es nicht mehr schaffst ich will mal lebenspunkte bekommen wer eine schlechte bei dem sonnen bis zu gar nirgendwo und weiter jetzt können wir kämpfen und so wird sie das bekämpfen ja die müssen wir bekämpfen das geht ja nicht weg das ist ja auch so ein typ mit schilder so jetzt hat er noch kein schild jetzt hat er nachdem wir natürlich angreifen und so wird boah er nicht auf der tanksteller wie viel leben hat er eigentlich noch ich weiß es nicht mehr während seiner lebenspunkte nicht angezeigt au ich bin mir fürchte bei er dass wir überhaupt keinen schaden machen irgendwie das dauert ja nur ein bisschen immer riss der todes wenn ja nicht so viel gemacht und so wir wollen oder ich bin mir jetzt ein bisschen ich aber ich erwischt weil er nicht jetzt hier er wird sterben und er und um er stirbt einfach nicht der lebt ja immer noch sind für ein Scheiß wie er will nicht mehr